Und weil der Mensch ein Mensch ist, dann braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn eingeschwitztlich satt, das schafft kein Essen mehr. Und weil der Mensch ein Mensch ist, dann braucht er was zum Essen mehr. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn.